Hallo, 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 hier ist wieder Shoki bei Okinutelevision mit Daily, deiner tageslosen Angeberwissen. Ich bin Saschi und das ist der schlecht gelaunte Pujan heute hier, der hat so ein bisschen... Nichts schlecht gelaunt, alles gut. Ja, ja, genau. Hat so ein bisschen, überspielt so ein bisschen seine... Kannst du mal runter von dem Mikro gehen, sag mal? Entschuldige mal bitte. Bist du da ganz noch sauber? Was ist denn das für eine Technik hier? Das ist ja eine Katastrophe. Das ist Technik von 1922 hier. 1. September, haben wir wieder ein Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch. Nein, warte, ich will erst wissen, wer es ist, bevor ich ihn klappfriere. Ach, da kommt es eh nicht drauf. Ruth Rüllet. Ach, die Rotzbacke, die... Nee. Nee, das war der Trainer. Nee. Hat Ruth Rüllet nicht der Tante Käthe in die Haare gerotzt? Nee, das war Frank Reikert. Ah, Ruth Rüllet, Ruth Rüllet, aber holländischer Fußballer. Ja, holländischer Fußballer. Das war der andere mit den Rasters. Also das ist der mit den langen Rasters gewesen. Ja, der hat so richtig... Genau. Ja, genau. Ruth Rüllet, Fußballspieler der Niederlande, Nationalmannschaft von 1985 bis 1994, Trainer und Fußballer des Jahres 1987 und 1989. Okay. Wurde 1962 in Amsterdam geboren. Am 1. September hat aber auch der Pujan hier einen ganz anderen Fakt, den er raushauen möchte. Und zwar ein richtig krasse Fakt. Falls ihr euch mal denkt, wie schnell ist eigentlich so ein Regentropfen, heute kriegt ihr die Antwort. Holt euch was zu schreiben, spitzt die Lauscher. Aber ein Regentropfen ist bis zu 35 kmh schnell. 35 kmh! Ein einziger... Hammer! So fliegt er da durch die Atmosphäre. Zieht auch so im Gesicht. Durch die Atmosphäre? Was weiß ich, wo du durch die Lüfte... Katastrophe. Ja, egal. 1. September, da kommt auch ein Film in die Kinos, der im Original hieß Coming to America. Sagt dir das was? Weiter. So hieß der. Kinostarts am 1. September 1988. Kennst du nicht, gell? Bei uns hieß er Prinz aus Zermunder. Ui! Oh ja! Ja, genau. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee, noch nie gesehen, gell? Schon tausendmal gesehen, schon tausendmal genossen, hat sie... Gesundheit? Ja. Prinz aus Zermunder mit Eddie Murphy, ich würde sagen, so eine, also, wenn nicht der beste Film von Eddie Murphy, meiner Meinung nach. Ja, nach dem ersten W-Hills-Cup-Teil. Oh ja, gut. Wie hieß denn der Kollege, der war auch ein amerikanischer Standard... Arsenio Hall! Arsenio Hall. Warum schreien die eigentlich so? Ich weiß nicht, vielleicht... Ich hab keine Ahnung. Arsenio Hall. Keine logische Erklärung. Genau. Das war sein Kollege dort. Und das war's auch. Wunderbare Überleitung mit Das War. Das war's für die heutige Sendung. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt, dann vergesst es oder schreibt es einfach hier unten drunter. Ansonsten seht ihr hier die Nase morgen wieder und mich in ein paar Tagen. Bis dahin, gute Zeit. Cheerio mit Sophie. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020